Heute habt ihr schon mal lieber Duschen gesehen, in der Disco, krass da Gangsterrapking, ich spring wieder an, er hat Härte, weil alle anderen X wie Andrea Bergkling Lass den Rapper anklicken, er wird mit mehr Sicherheitsleutin als Angela Merkel Wenn ich gegen Frauen was hab, sagt mir wieso ich dann Bowser mag Guten Morgen meine lieben Freunde, ich wünsche euch allen einen schönen Tag Und an die ganzen Zocker aus meiner Community, swiped ab und schaut euch die ganze Sache hier mal an So ich hab überlegt, wie ich jetzt hier in Dubai auch bei den Frauen besser wirke Und deswegen hab ich jetzt hier ne gute Idee So Leute, das ist der Outfit, der Drip, den man haben muss Das nennt sich der Local Drip in Dubai Und mit dem ihr habt hier die besten Karten und Voraussetzungen hier, eine Frau zu kennen, kennenzulernen Der Local Drip Jungs, kleinen Tipp an euch Ihr solltet euch auch so ein Ding anziehen Weil wenn ich jetzt gleich mit so einem weißen Gewand mit euch beiden rumlaufe Die Leute wissen, wer der Boss hier ist Bruder, egal Ach Bruder, ich mach Spaß, Mann So meine lieben Freunde, wir sind immer noch in den YouTube Trends Danke dafür Und ja, macht weiter im Streaming Spotify überall Gibt Power Oh, we, UAE Das ist ein Aliballel-Antervinz-Jadat Aliballel-Loyen Of New York City Right now, I'm chillin' with my homeboys All the way from Germany We're in Five Palm Having fun And it is lovely Yassau Aufmerk flooding Bei 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 ありがとうございました Bei 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 diye Bei